Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens so einen Fünfschluss. Jetzt bitte einen Brandy H. Sag's ihm schon. Sag mir was. Jackie. Bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Wieso? Worum geht's? Wir, wir bekamen eben einen Anruf, kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Ja, und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Liebes. Also nochmal. Ganz von Anfang an. Wir bekommen einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um den Job. Ja. Und die wollen mich? Ja. Aber es ist doch schon fast zwei Tage her, dass du ihr das QT375 gegeben hast, oder? Mhm. Ja. 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 If we were to break up our company right now and to sell the software that we've developed, we could easily get between $3 to $5 million worth of software. Good boy, Romeo. Good boy. Good boy.